Der Motorman MH50 ist ein flexibler sechsachsiger Hochgeschwindigkeitsroboter mit einer Tragkraft von 50 kg. Als leistungsstarker Universalroboter ist er für eine Vielzahl von Applikationen geeignet, wie Handling und Maschinenbeschickung sowie Bearbeitungs- und Kleberapplikationen. Durch die Konstruktion seines stromlinienförmigen Körpers kann der MH50 auf engstem Raum agieren und ganz in der Nähe der Be- und Entladestation positioniert werden. Sein Arbeitsbereich von 2061 mm und seine Wiederholungsgenauigkeit von 0,07 mm machen ihn zu einem der flexibelsten und zuverlässigsten Industrieroboter der Motorman MH-Serie. 3.